Das BMW Spracheingabesystem ist weltweit das erste System in Serie, was die beiden Funktionalitäten in One-Shot-Zieleingabe und Musiksuche anbietet. Zieleingabe Bitte nennen Sie erst den Ort, gefolgt von Straße und Hausnummer. München, Königsplatz Die Liste wird geladen. München statt Königsplatz Sagen Sie bitte Hausnummer oder übernehmen. Übernehmen Zielführung starten oder als weiteres Ziel hinzufügen Zielführung starten Zielführung gestartet Die neue Spracheingabe von BMW ist deutlich sicherer und komfortabler für den Benutzer. Er kann zum Beispiel für die Zieleingabe ein Ziel in einer Äußerung nennen, zum Beispiel München Petroling 130 und es wird in einer Äußerung erkannt. Im Gegensatz zum alten System muss er hier mehrere einzelne Sequenzen durchlaufen. Der zweite Punkt, der neu ist in dem System, ist die Musiksuche. Hier kann er direkt einen Interpreten oder einen Titel direkt anwählen und muss nicht länger in großen Listen suchen. Musiksuche 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 Nennen Sie bitte einen Menüpunkt oder sagen Sie Wiedergabe starten Interpret wählen Nennen Sie bitte einen Interpreten Paul Cox Das neue BMW Spracheingabesystem ist eine festindigierte, einzigartige Lösung im Serienfahrzeug. Musik Wir haben Ihr Ziel erreicht Musik